Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time, soll ich schon sagen, nein, Twilight Princess, das Spiel, was nach The Legend of Zelda Ocarina of Time spielt. Wir sind jetzt eigentlich wieder Link, also der menschliche Link, Link war bestimmt, aber wir sind jetzt der menschliche Link. Und Freunde, es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen in den nächsten Dungeon, äh, in meinen ersten Dungeon. Und, ach, ich hab's aber auch heute, wie Jenna hat mich total aus dem Konzept gebracht. Gute Jenna, er hat sie einfach mal jetzt gerade bei Sieben mehr Dauer geschrieben gehabt und, ja, jetzt hat sie mir total aus dem Konzept gebracht. Das kann sie sehr gut, die Frau. Autsch! Da fällt mir noch ein, was sie noch vorher machen will. Damit ich das hinter mir habe. Ich bin jetzt gerade im Lingen, wie ich, wenn wir das ein bisschen... Ich mach mal eben was. Sie gehen nochmal immer schnell zurück zum Dorf und tun mir noch eine Pulle mäh, will ich? Dann haben wir schon mal... Dann haben wir nämlich eine ganze Milch. Jetzt haben wir nämlich nur... Zack! Halb voll. Ich hab mal ein ganzes Glas. Ich glaub, das ist besser. Oh, muss ich damit so weit... Ach, nee, ich muss ja jetzt so weit zurücklaufen. Ja, nee, dann machen wir es anders, machen wir es anders, machen wir es anders. Ich geh jetzt nochmal schnell. Ich hab jetzt keinen Bock noch, die restlichen... Ob... Obwohl... Ach, warte mal... Wie, wann muss ich denn jetzt laufen? Ja, schon etwas weiter, ne? Egal, ich... Ich schaff das irgendwie so. Gut, Freunde, wir gehen jetzt einfach mal los. Und... Like Ocarina of Time! Na gut, hier geht das nicht mehr so schnell. Aber Ocarina of Time, immer schön. Seid mir schritt. Sich hier gehüpft. Das war doch Zeiten. Das war doch Zeiten. Hier geht es dann nicht so schnell, aber Ocarina of Time war so total geil. Achso, mein Schild. Ja, wie kann ich den benutzen eigentlich? Schnauze ich das mal hier. Was gibt's denn? Also, dann Zeit die Waffen ausbrennen, die ich gegeben habe. Nur weil ich schon das Schild, ZL, okay. Alles klar, ZL hier, Schild, das ist sehr gut. Okay. Gut, wir haben aber keine Zeit zu verlieren. Hier kann ich dann mal ZL, Schild. Das Schild funktioniert schon mal sehr super. Nämlich gar nicht. Ja, au! Okay. Jetzt reizt es aber mal. Zack, 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 zack. Alles hier mit meinem Wecker und hier. Zack, 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 zack. So, ich schaue mal kurz, was der von mir will. Huch! Ach, natürlich, du bist nachher irgendwann mal aus. Oder hätte ich dich fast nicht erkannt. Ach, jetzt würde ich sagen, wir treiben immer noch mehr Monster rum. Deshalb wäre ich im Weg schreien auch verschossen. Aber du willst doch wieder bestimmt da rein, oder? Also, wie du aussiehst hier. Der hat den Schlüssel gehabt. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich immer den Geld haben wollte. Da. Sonderangebot, eine Flasche Öl und nur 100 Rubine kaufen. Weil da kriegen wir jetzt nämlich Flaschen mit Öl erhalten. Jetzt, mein Lieber, haben wir nämlich zwei Flaschen und deswegen, das wollte ich auch. Ups. Items. Ja, wir haben zwei, wir haben zwei Itemflaschen jetzt. Also, wir haben jetzt zwei. Ähm. Ja. Wir haben jetzt, äh, ja. Wie gesagt. Ähm, zwei Flaschen. Können wir auch gut gebrauchen. Jetzt gerade im Heldenmodus ist es eine Sache für sich. Weswegen wir die echt nutzen sollten. Und ich bin gerade überlegen, gab es die jetzt nicht noch, du Fackel oder so. Weil die stehen ja auch hier nicht umsonst, oder? Ich weiß, beim besten bin ich gerade nicht mehr. Oh, man muss sich sein... Es kann auch sein, dass ich sein Feuer hier anziehen muss. Ach. Siehst du, das Feuer ist an. Du kannst die Lampe hier jetzt einfach verwenden, weil es mit deinem Öl ausgeht. Und kauf jetzt einfach ein neues bei mir. Nee, lass ihn mal gut sein. Guti. Ähm. Ja, 100 Rubinen haben wir zwar ausgegeben, aber ganz ehrlich, zwei Flaschen braucht man auch einfach jetzt, so was im Heldenmodus. Von daher machen wir jetzt einfach mal weiter. Und schauen mal, wie es weitergehen wird. Gerade jetzt hier brauchen wir die Lampe. Weil hier war es ja sehr dunkel. Oh, wir sind... Oh, haben... Ah, die sind angeblieben. So, die... Das müssen wir kommen mal weg. Gleich mal weg mit euch. Kein unnötiger Kampf angehen, also kein nötiger Schaden mehr, ich meine. So, und... Zack. Und schon wieder eine dicke Ratte. Die sind übrigens sehr cool aus. Die sind richtig schön eklig aus, die Ratten. So richtig schön dick und fett und... Oh, ja. Tschüss. Aber eigentlich finde ich Ratten ganz süß, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Die kleinen, die man sich so zu Hause hält. Die sind eigentlich ganz putzig. Also, ich meine, die Ratten, die jetzt zur Zoohandlung gekauft sind, nicht die Ratten, die... hat man ja... Weißt du, ich weiß, vielleicht nicht mehr euer Zuhause sauber gemacht hat, die dann irgendwann in die Wohnung kommen. Bloß mit der Bewegungssteuerung. Daran müssen wir uns noch etwas gewöhnen. Und wir haben es geschafft. Wir sind durch. So, jetzt haben wir aber natürlich ein Problem. Die Sache ist nämlich die, wir sind hier mit... mit... ähm, damals mit... ähm... Ja, wir sind hier mit, äh... als Wolf Link durchgekommen, indem wir hier rüber gesprungen sind. Und, ja, als Link sind wir hier nur mal rüber gekommen. Aber was machen wir jetzt? Wie kommen wir nicht weiter? Hey, der Affe! Was macht denn da? Oh, wen haben wir denn da? Der hat dir glatt die Lampe geklaut, nur weil du nicht aufgepasst hast. Nein, der hilft uns! Ja, ich komme. Der fühlt uns durch den Giftnebel ja durch. Cool. Ey, guck mal, da hinten ist eine Truhe. Wie kommt die denn da? Den habe ich gar nicht gesehen. Siehst du, die muss neu sein. Aber lass mich geraten, hier gibt es doch auch irgendwo Gegner. Hallo, ich will da lang. Ich will da lang. Nein. Oh, Affe! Ja, ich komme ja schon. Achso, wir müssen auch übrigens aufpassen, weil wenn ein Gegner kommt, dann hält der Affe nämlich an und hofft, um sie zu schlagen mit der Lampe. Und dann kommt natürlich der Giftnebel wieder, deswegen müssen wir mal aufpassen auf ihn. Ist auch wirklich hier kein Assi irgendwo herkommt. Aber bisher sieht es recht ruhig aus. Aber der fühlt uns ein bisschen komisch entlang, ne? Da ist eine Flairmaus, die habe ich schon gesehen. Wie sehe ich der Affen an? Oh, Hilfe! Oh, die Flairmaus. So. Mal stimmen weiter. Oh, da sehe ich noch was. Seht ihr das? Das sind die Kurana, Freunde. Los, bewegt dich schneller. Hey, komme. Los, bewegt dich. Na, geht doch. Ja, ich bin doch schon drüben. Ja, komm. Was machst du da? Ja, geh du vor, Herrgott. Komischer Affe, du. Bist du jetzt fällig? Ja, 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 bist du. Und er fadonisiert sich. Aber er hat uns geholfen. Du fällst die Lampe wieder. Allerdings hat sie kein Öl mehr. Affe hat alles aufgebraucht. Menno. Ähm, ich fülle mal ihm Öl nach. Bin ich schon da... Da möchte ich gleich noch was kaufen. Da. Na, ihr Dullis, kennt ihr mich noch? Nimm das! Ja, jup. Und wir sind noch mal einige stärker. Mit dem Schwert. Das sieht man auch, glaube ich, schon gut. Mir fehlt das aber ein bisschen hin und herschlagen mit der W-Firmen. Was ist das denn hier? Sieht aus wie eine Brücke. Ganz schön großes Teil. Aber wie kommt die her? Hey, Leute. Was ist denn das da vorne? Seht ihr das? Da sitzt jemand. Komm, 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 was! Ach so. So, und auch schon den Vogel bezahlen. Jetzt kriegen wir ein Problem mit dem. Der kann, der kann auch was austeilen. So, 30. Klar, danke! So, okay. Den haben wir auch. Danke, danke! So, einmal Stoop. Füllen wir mal wieder auf. So, jetzt haben wir leider ein bisschen weniger. Also, aber wir haben ein Elixier. Ich hoffe, das reicht uns für einen Dungeon. Du mieses Drecks. Wie, was machst du denn hier? Und das ist ein goldener Wolf? Wow. Den haben sie ja richtig geil gekriegt. Aber wo sind wir? Ja. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft seines Schwerts. Das Schicksal mag dir zu melden gemacht haben, aber in dieser Verfassung bist du es nicht wert, das grüne Gewand zu tragen. Du brauchst Mut, um deine Kräfte zu sammeln und die gesammelten Kräfte werden dir Mut geben. Wenn du dir die wahre Mut wünschst, um Hyrule dieser furchtbaren Gefahr zu retten, unterweise ich dich in meinen okkulten Künsten. Okkulte Kunst. Fangstoß. Ein starker Gegner kann zwar durch einen schweren Angriff niedergehen, steht aber sogleich wieder auf. Der Kunst des Fangstoßes besteht darin, den am Boden liegenden Gegner endgültig zu besiegen, bevor er wieder aufsteht. Wenn der Gegner am Boden liegt, visiere ihn unverzüglich mit ZL an und drücke A, um ihn vom Oben springenden, den letzten Stoß zu versetzen. Hast du eine günstige Gelegenheit, den Gegner genau zu machen, erscheint vor deinen Augen der Signal Fangstoß. Nun, versuche es an mir. Ja. Und einmal Stich. Es liegt ja. Und jetzt Fangstoß. Ja. Ja. Das war ein kühler Schlag. Verpasse nie die Chance für einen Fangstoß. Drücke von A. Damit hast du erst doch geholte Kunst der Fangstoß erlernt. Ja. Ja. Du hast die erste okkulte Kunst des Fangstoß erlernt. Visieren Gegner am Boden mit ZL an und Benisach mit A. Ergibt noch weitere sechs okkulte Künste, die du dir lernen musst. Doch sind sie nur für den bestimmten, dessen Adern das Blut eines Helden fließt, für den, der den Geist eines erhabenen Raubtieres hat. Stehle deine Kraft und sei beerstetig in deinem Mut, um die gegenwärtige Bedrohung zuzuschlagen. Lausche im Ton des Windes, der den Geist des wilden Tieres rufst. Und komme wieder zu mir, wenn du die Statuetten gefunden hast. Der Mut dessen, der es führt, bestimmt die Kraft seines Schwertes. Vergiss es nicht. Auf Wiedersehen. Ja. Dieser geheimnisvolle Stahlforst. Es gab eine Zeit, wo es wirklich sehr viele Gerüchte über ihn gab. Lange Zeit lang wusste man wirklich nichts über ihn. Dann kam dieser Historie aus. Und es ist geschehen. Die, ähm, ja, die Dings, ähm, jetzt kommen wir nie aufs Wort, Herrgott. Die Identität des Stahlforst-Geistes wurde bestätigt. Man, in dem Spiel erfährt man nie wirklich, wer es ist. Aber in Zelda Historia steht das. Und zwar eines der großen Zelda-Mythen. Denn es ist, das kann ich eigentlich sagen, weil ich finde, das gehört einfach mit Twilight Princess dazu. Zum Spiel. Und es gehört auch mit Zelda-Timeline dazu. Dieser Stahlforst, den ihr da gesehen habt, war niemand anderes als Link, als der andere Link. Naja, was heißt hier anderer Link? Sagen wir eben besser. Der Held der Zeit. Hm. Warum er in Stahlforst ist oder so, da weiß ich jetzt eigentlich nichts drüber. Aber es ist bestätigt. Dieser Stahlforst. Den Link hier. Oh, cool, du kannst es mal. Bring dir das mal ab, du Arschloch. Du auch? Es ist der Link aus Ocarina of Time. Hm. Oh, allein der Satz schon, Römmel, komm, ich hab die Drehchen. Ach, ist das herrlich. Ich liebe Twilight Princess. Und ja, das finde ich auch ziemlich nice. Aber wir werden noch später. Im Verlauf des Spiels noch ein bisschen mehr von den Gritta zu sehen bekommen. Aber zu diesem Zeitpunkt, ja. Weswegen uns aber wurde eigentlich nie wirklich eingegangen, wie er zum Stahlforst geworden ist. Das ist jetzt aber auch, ja. Er ist es, aber er dient uns nur als Meister, der diesem Link hier auf dem Weg, ja, zum Helden verhilft. Aber, die Sache ist, soweit ich weiß, bin ich noch nicht ganz ums Fisch. Warum er jetzt einen Stahlforst ist und so, ich hab das wohl nie geklärt. Aber, das ist nochmal rande. Also, aber ziemlich geil, dass, ähm, dass sie, ähm, Link aus Ocarina of Time, ihn sozusagen als Lehrmeister für den Link aus Twilight Princess genommen haben. Sehr cool. So, und zack. Und zack. So, komm mal her. Und tschüss. Alles Dudis, die können nichts. Hä, ist doch schon hier der Affe. Warum ist er schon hier gefangen? Komm mal raus da. So. Und alles voller Scheißspinnen. Das ist doch der Affe, der die Lampe geklaut hat. Ich glaube, der will mit dir spielen. Also nichts hinterher. Ja. Toller bin ich. Du Kackspinne. Du auch. Ich hasse Spinnen. Es gibt ja, Leute, ich sag euch jetzt schon mal eins. Wer geglaubt hat, diese Spinnen sehen eckig aus, der kennt der bestimmt. Ich spinne hier noch nicht. Und zwar, ich hasse Spinnen. Das sollte jeder, der mich kennt, weiß es. Seht euch mal das für den Vieh da oben an. Ach, ihr meint, die tut auch nix, die wir nur spielen. Leute. So, Alter. Schaut euch das Vieh an. Am besten mit Stichantacke rauf. Und dann Fangstoß. Schade, ich hab das nicht gekriegt, dass links ein Schwerberg steckt. Da ist ein Bombenkäfer. Den kann ich gebrauchen. Diese Käfer, wenn die kaputt gehen... Oh, gut versteckt. Wow. Das sind nämlich eigentlich Bomben. So. Aber die können auch angreifen, also vorsichtig. Ich weiß aber gar nicht mehr, was hier drin ist. Ich weiß nur noch, ich hab mich nur noch die an diese Truhe erinnert. Und ein Swanny. Ja, sehr schön. Doch, doch, doch. Können wir gebrauchen. So, aber wie geht es jetzt weiter? Und die Musik immer... Oh, ich liebe keine Haut. Ich liebe es, Alter. So, und zack. Und zack. Und zack. Hier ist nix. Die Truhe hängt da zwar oben ab, aber die können wir noch nicht runterholen. Weil die am Spinnenfahnen hängt. Die Spinne wurde hier hochgesponnen. Ähm... So, jetzt lass ich mir überlegen. Komme ich da mit einem Sprung hin? Nein, komme ich nicht. Gut, 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 gut. Woher kommst du mir in diese scheiß Musik-Musik-Wursten-Gegner? Scheiße, der in der Ecke, der Maubenkäfer. Da komme ich auch nicht hin. Ach! Ich bin aber auch ein bisschen dumm. Fuckin' anzünden! Was denn? Fuckin' Fuckin'. Alter, sei da ein Klassiker. Ja. Ja, ich komme da schon. Truhen immer mitnehmen. Mal schauen, was hier drin ist. Ich glaube, das war die Karte, könnte es gewesen sein. Jupp! Die Dungeon-Karte, die gibt an, wie große Dungeons ist und zeigt es mir perfekt. Ich schaue mal, ob ich euch die mir zeigen kann. Aber bisher, jetzt leider sehe ich da nix. Ach, Mann, da, die möchte was. Wenn du hier was wirst, frag den Affen. Was? Achso, Menschen können ja gar nicht mit Affen reden. Ganz schön unpraktisch, was? Ja, kannst du immer mit Affen reden? Ah, hier ist die Karte, Leute. Also, das ist der Dungeon. Auch nochmal schön den Kokiris-Mark zu sehen. Auch hier nochmal alles drauf. Sehr geil. Schauen wir jetzt mal, wie es weiter geht. Der Dungeon ist halb, also, halb im Wald, halb draußen. Aber die haben echt ordentlich hier überarbeitet, mein Lieber Scholli. Was ist denn das? Wow! Na, warte, Freundin, du kriegst nur ein, du kriegst nur mein Schwer zu spüren. Na, wenigstens geht den Affen gut. Wir müssen nur wo einen anderen Weg darüber finden. Aber was ist denn das? Haben die einfach schreit? Mann, jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, die kleine Affe will uns führen. Sollen wir ihm nicht einfach folgen? Gut. Dann zeig mir mal, wo wir hinwollen, kleine Affe. So, wo geht's denn lang? Und, hepp! Dankeschön! Ja, die Affen... Es sind mehrere Affen hier. Die werden noch eine Rolle spielen. Und uns helfen. Und ein Bombenkäfer. Achso, stell zurück. Stimmt, da explodiert's ja schon. Na, komm. Sehr geil. Hm? Was zum... Hau ab, du! Was ist denn... Was ist das denn für ein Vieh? Endlich draußen. Bin wohl ein wenig in die Bereite gegangen und dann irgendwie nicht mehr rausgekommen. Du, du hast wirklich sehr geholfen. Vielen Dank. Also, weißt du, ich suche hier etwas. Hast du hier auch etwas zu tun? Dann können wir uns eine Weile zusammen tun. Wenn du hier raus willst, dann kann ich dir ganz einfach warten. Dann kannst du jederzeit gleich in den Raum zurückkommen. Ähm, du siehst, ich kann dir ziemlich nützlich sein. Denke also nicht, ich wäre nur eine Belastung, sondern berechte mich als Freundin. Du hast die Tante getroffen. Sie werbt dich aus jedem Dungeon dort, dort oder dorthin zurück, wo du jetzt warst. Alles klar. Ja, die ist ein bisschen komisch. Das hier als Item geht, ist auch fragwürdig, aber gut. Wir wollen ja eigentlich eh nicht raus. Wir schaffen das. Ach, Spinnen nehmen. Über Spinnen nehmen und über Spinnen. Ja, da sehe ich auch schon ein Mist, wie wir da rumhängen. Ach, da oben. Komm, sieht man an. Komm da oben runter, du Vieh. Ja, warte. Ja, 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 ja. He, he, Trottel. Ja, aber da komme ich doch nicht weiter, du. Ist verschlossen. Ja, Tür ist du. Wie soll ich da durchkommen, du? Du bist witzig, du komische Affe. Wie, was wäre, was wäre jetzt nochmal, wenn ich da lang gewesen wäre? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, sieh mal an. Ist das schon eine Massenschüssel? Ja, wir kommen da ran. Hm. Da fängt noch was ein. Hier war früher nämlich auch noch eine Truhe. War hier ein Herzteil drin oder wo war das nochmal? Ach, nein. Ich erinnere mich. Okay, ich weiß jetzt, wo noch ein Herzteil war. Das müssen wir uns noch holen. Was ist das denn? Was ist das denn? Du hast Stempel für Janisch A-H halten. Ein Stempel kannst du dir... Was? Stempel? Okay. Ich bin immer... Da war ein Herzteil drin oder ein Rubin. Scheiben wohl Erneuerung zu sein vom Spiel. Hm. Wenn ich jetzt wirklich alle Buchstaben kriege von... Ey, guck mal, wie der Affe schwimmt. Sieht wie putzig aus. Ähm. Wenn ich jetzt wirklich alle Buchstaben jetzt kriege, mit dem ganzen italianischen Schriftzeichen, dann würde ich mir eindeutig... Eindeutig meinen Namen schreiben. Ganz ehrlich. Ich bin immer gespannt, wie es aussieht. Gut, also... Da kommen wir jetzt nicht weiter. Das heißt für uns, wir müssen hier lang. Nach draußen. Ja, sehr gut. Die Brücke dreht sich vor uns. Sehr praktisch. Nutzen wir mal für unseren Vorteil. Ich habe nur mal kurz auf die Ruhe geschaut. Entschuldigung. Nein, ihr lasst mich mal schön in Ruhe. Ich habe keinen Bock, mit euch auch... So, irgendwie Beef zu haben. Deswegen. Sayonara. So. Oh. Noch eine Truhe. Geil. Was ist hier? Ah, der kleine Schlüssel. Da haben wir jetzt wohl die verschossene Tür. Aber weiter kommen wir jetzt hier auch nicht, ne? Nein. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Mann, 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 Mann. Der Tempelabend ist hier aber eigentlich ordentlich verarbeitet. Finde ich aber mega schön. Ist nochmal schön zu sehen, wie alles neu aussieht. Wenn die Müdigkeit hier noch nicht wäre, aber sonst wäre alles gut. Ja, ich muss mir nachher was einfallen lassen, damit ich nicht so müde bin. Gut, gehen wir mal da rein. Mal schauen, was da ist. Das ist noch einer. Ne Brotonsilfe. Geil, Mann, wir kriegen hier schon wieder raus. Na gut, die Brücke ist Schrott. Das ist schon mal nicht so geil. Aber ich habe doch irgendwo... Kiste! Ein gelber Rubin. So, jetzt lassen wir mal gucken. Aha! Er wackelt. Sehr schön. Und eins und zwei! Das war ein bisschen auf den Arsch gefallen, aber... Was wollt ihr denn? Kommt doch her! Da hätte ich ja vor Spinnen mehr Angst, weil es war euch Lappen. Wenn du hier... Was? Wenn du hier was wissen willst, dann frag doch nicht mich. Frag doch gleich den Affen. Was? Ach so, Menschen können ja nicht mit Affen reden. Ganz schön unpraktisch, was? Danke, bitte. Und... Tschüss! Ja, danke schön für den Applaus. Komm mit, Freunde. Ah! Nein! Oh, ich bin so ein Dulli. Und tap, und tap, und tap. Was ist das? Warum ist denn hier... Warum ist hier eh voll? Hä? Warum ist hier eh voll? Egal, weiter geht's. So, das Wichtigste bei diesen Legends ist echt den Überblick zu verhalten. Mein Gott, die Mülligkeit macht mir immer sehr breit. Ich glaube, nach dieser Folge gehe ich auch. Vielleicht schlafen die Schaum mal. Aber ich glaube, sorry Leute, aber ich bin aber echt schon ein bisschen kaputt. Gut. Und bei, ich will noch ein paar Sachen jetzt hier machen. So, der Affe hat sich wieder drangehängt. Kommen wir rüber. So, und jetzt... Ach! Der hilft mir, alles klar. Gut, und... Dankeschön! Einmal wegbrennen. Wo sind wir jetzt? Neuen Raum? Okay. Ah, an die Pflanze kann ich mich erinnern. Wow. Der Dekorama sieht aber ein bisschen anders aus. Guck mal her, du. Ach ja, die war noch gemeint, Leute. Die war noch gemeint. Wenn ihr den Stiel abschneidet von den Viechern, leben die nämlich noch weiter. Deswegen ordentlich draufkloppen. So, und der Trick bei diesen komischen Blumen bestehme ich darin. Jetzt muss ich mich natürlich, weil ich im Helmwurst bin, ein bisschen beeilen. Wir schmeißen die runter. Die, wie ihr gerade gesehen, verschluckt die. Und... Baboots. So. Da gibt es nämlich noch eine Blume. Die muss ich dann auch noch irgendwie down kriegen. Ich muss jetzt nur mal mich jetzt beeilen. Sonst springe ich mir gleich link in die Luft. Und zwar... So. Nächster Geist... Nein! Was zum Teufel? Lass mich frei! Hallo! Lass mich frei! Oh! Gott damn! Ich trinke doch mal lieber jetzt den Trank. Ich habe keinen Bock, Game Over zu gehen. Boah! Das sind Helmwurst. Das ist echt hardcore. Ich glaube, ich kriege doppelt so viel Schaden. Und zudem auch noch... Kein Herzen ist es schon... Shit ist gerade real. Und da komme ich so nicht rüber. Da muss ich doch von hier aus den irgendwie kriegen. Ah ne, Moment, 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 Moment. Hier ist hier gerade was anderes. Komm, du explodierst mal, Arschloch. So. Zack, einmal. Nehmen. Run, 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 run. Werfen. Und abhauen. Da geht es nämlich weiter. Und da sind noch ein paar Spider-Männer. Die kriegen einen auch für Klatsche. Sonst... Ja, weil sie einfach spinseln und die... Ja, 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 ja. So, jetzt sind hier zwei Räume. Ich gehe jetzt mal hier hinein. Was ist denn hier? Da ist schon wieder eine dicke, fette, ekelige Spinne. Die sehe ich hier gleich auf Anhieb. Und ein Affe, der unsere Hilfe braucht. Ich gehe jetzt mal kurz überlegen. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich vage. Der Raum wird auch noch später nochmal. Müssen wir auch nochmal hier hin. Aber erstmal müssen wir den Affen befreien. So ein kleiner Schüssel. Sehr geil. Rubin, kann man immer gut brauchen. Und zwar diese Arschlöcher. Die, wenn wir drauf treten, katapultieren uns irgendwo hin. Das wäre jetzt nicht so wirklich mein Favourite-File. Probe jetzt mal da vorbeizukommen, ohne dass die Dreckskelle mich irgendwie zu fassen kriegen. Komme ich da irgendwie hoch? Nee, ne? Nee. Das geht hoch. Jetzt muss ich noch die da hinten irgendwie kriegen. Nein, ihr würdet mich nicht treuen. Ihr würdet mich nicht treuen, ihr wisst Kerle. Und alle sind jetzt oben. Und da seht ihr, habt ihr auch schon gesehen gehabt. Da ist nämlich auch eine Truhe versteckt. Deswegen müssen wir uns das auch noch für später merken. Ich gehe nochmal kurz da hoch, um zu wissen, was da ist. Vielleicht ist da noch eine Truhe. Die würde ich noch gerne haben wollen. Ja, da ist jetzt echt noch eine. So. Was haben wir hier? Noch ein paar Rubis. Sehr schön. So. Hier kleide ich mal hoch. In den Raum müssen wir später nochmal rein. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Weil da oben hängt natürlich ein Drecksmissvieh rum. Und wie soll ich jetzt die... Hey, wo hängt die denn? Ja, da ist die, da ist die, da ist die. Oh, die hat eine ganz miese Position. Ich muss jetzt von hier unten aus erwischen. Aber doch... Und Fangstoß! So. Ähnliches Drecksvieh. Wie ich Spinnen hasse. So. Du bist frei, mein Freund. Und da freut er sich bei seiner Freiheit. Würde ich aber auch. Ja, danke, danke für den Applaus. Weil ich zumindest den Zweiter mein... Mein cooler, neuer... Freund. Neuer, affiger Freund. Ich finde es auch geil, dass Link so einen Hellsprung jetzt passen macht. Und ich mag es echt gerne, wie das aussieht, wenn Link wirklich durchnäßt ist. Dass das auch wirklich dann ein bisschen dunkler alles wird. Gut, der Affe ist schon mal safe. So. Okay. Den haben wir... Dann müssen wir jetzt noch... Ja, was gucke ich eigentlich hier? Ich weiß doch, dass du schon mit dabei hast. Da nichts mehr kommt. An Herzen bloß trotzdem gucke ich mir. Das ist so ein bisschen blöd. So. Nein! Verdammte Bomben. So, Klappe. Jetzt muss ich noch richtig werfen können. Ich muss nämlich da, wo die... Scheiß ganz ist, wo der Affe gerade runtergepackt ist. Das ist auch sehr geil. Ähm, muss ich nur... Ich glaube, ich wirf mal am besten gegen die Wand. Jawohl! Jamsen! Nam, 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 nam. Bausch! Oh, was musst du denn hier? Und noch eine Herz-Teile, sehr schön. Aber ich glaube, irgendwie... Es gab hier nämlich drei... Kann ich mir ernst. Ich glaube, es gab hier drei Herz-Teile. Keine zwei, sondern drei. Normalerweise gibt es in Dungeon 2, aber es kann auch sein, dass es in anderer Weise... Vielleicht war es auch, ähm... Fünfter oder so, aber ich schau mal alles um. Ich schau mal. Was ich wirklich hier alles finde. Weil ich mich jetzt... Ich kann jetzt da hier verpassen. Boah! Link, du hast ja schon einen auf Tomb-Mörder. Einen auf Lara Croft machst du. So, okay. Jetzt sind wir hier oben. Hier nochmal in den Raum gucken, was hier so abgeht. Und... Was geht hier ab? Das Erfe! Und ihr braucht unsere Hilfe. Und der Schüssel. Hä? Was zum... Ey, rück die Schüssel wieder raus, mein Freund. Komm her! Komm her! Los! Na, du... Hör auf, den Affen zu fressen zu wollen. Ich glaube, es suckt. Ja! Sehr schön. Komm her! Immer in Bewegung bleiben und... Boah, im Helden-Modus halten die Gegner echt viel mehr aus. Ah, gut, sie ist down. So. Okay, der Mund hat sich jetzt etwas geöffnet. Und da ist auch schon ein Bombenkäfer. Den brauche ich nämlich. Komm her, mein Freund. Macht ihn mal nützlich. Weswegen hat... Weswegen hat er denn Angst? Boah! Ich bin in die Niete, ey. Ich bin so in die Niete im Werfen. Link, heb schnell auf. Ich habe keinen Bock, dass du hier in die Luft jagst. So. Na, geht doch. So, noch hier irgendwas los. Ne, ist ja nicht so. Oh, guck mal, der Schüssel ist sogar nageleugereinigt. Der glänzt wie sonst was. Schmeißen den Schüssel einfach meine Bombe, äh, schmeißen den Schüssel einfach mein Monster rein. Danach jagt ihn mit der Bombe in die Luft im Monster und er ist nageleugerein. Probiert es zu Hause nach. So. Du kommst auch frei. Sehr schön. Ja, danke, danke, danke. Na, die freuen sich. Los, Freunde. Ab geht die Post. Ich würde sagen, wir kommen bisher schon ganz gut voran. Ne, Amiibo nutze ich nicht. Ähm. Wo zahlt's? Ne, ein bisschen mache ich noch. Eben noch ein bisschen mache ich noch. Ich würde gerne noch den Zwischenboss machen. Ah, ich weiß ja nicht mehr, wo er genau war. Äh, ja. So, jetzt bin ich wieder hier. Dann muss ich noch einmal hier. Der Zwischenboss. Wo war der Zwischenboss? Ich weiß. Beim besten will ich nicht mehr. Was hier? Könnte ja hier gewesen sein. Hier hoch. Das kann sein. So, meine Freunde, kommen wir mit. Ja, ich glaube, das hier war's. Die machen wir noch. Ne, hier passt gerade nicht. Hier komme ich auch gar nicht weiter. Dann gehe ich nochmal zurück zum Hopptraum und hole mir die anderen zwei Erfen noch ab. Vielleicht komme ich mit denen zu viert irgendwo weiter. Ich würde jetzt eigentlich da runterjumpen, aber, äh, ja. Wegen neuen Schwierigkeitsmodus und so. Ne, lass mir, lass mir lieber gut sein. Gut, komm mal mit, Freunde. Schön mitkommen. Jupp, jetzt haben wir schon vier. Damit sollten wir doch irgendwo weiterkommen. Ja, sieht so aus, als ob die die eingestürzte Brücke mich rüberbringen wollen. Ob die das so viel schaffen? Ich hoffe doch. Na gut, Leute. Hilf mir mal, bitte. Das nehmen wir Team Burg. Sehr geil, Leute. Ich hoffe, ich kriege das auch so gut hin. Juppa! Wuppa! 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 So, dankeschön. Sehr geil, haben die mich da hingebracht? Ist noch irgendwas, was ich nutzen könnte, Fee? Komm, die Fee muss auch irgendwo noch drin sein. Fee? Nein, keine Fee. Gut. Hier ist auch der Affe hin verschwunden. Ist der Mord da, oder wo hat er sich verdünnisiert? Hm? Okay. Was? Wow! Unser erster Zwischenboss. Ja, freue ich mich nicht so früh. Ja, der Schlitzleiter hat den Arsch auf. So, mal ab hier. So. Wie will ihr denn, der Boss? Ja, wirfen mit dem Bummenhanger bei uns. Ausweichen. Und. Ordentlich. Das Ding zum Schwanken bringen. Und dann geben wir es allen auf den Hintern, dass... Ja, das passt natürlich gerade. Ich würde auch nicht geil finden, mit dem Schwert ins Arsch zu bekommen, von daher. Aber immer erst werfen lassen. Und natürlich auch aufpassen. Eigentlich müssen wir ihn noch nicht mehr anvisieren. Ich glaube, das ist echt ein bisschen... Nicht anvisiert. Einmal rolle. Und zack. Und zack. Ganz immer wieder. Und Schlitz, und Schlitz. Und zack. Manchmal haut er auch nur die Killer-Dekorambas oben runter. Hier zum Beispiel. Weil die sollen mich beschäftigen, während er mich natürlich probiert aus dem Hinterhalt anzugreifen. Ach, mach mal ab hier. Nein. Link. Link. Oh. Fuck. Da hat sie mich doch erwischt. Ah, shit. Was macht er jetzt? Wann mal. Die Killer-Dekorambas. Nein, ich habe ihn... Oh, das gibt es doch nicht. Jetzt aber. Du Mistkerl. Was war das denn für ein Käfer? Da ist er gut. Na, mein Freund. Und er haut ab. Na, ich glaube, Flay ist ja gar nicht mehr so ein schädter Kerl. Ich glaube, er wurde eher von irgendwie so viel kontrolliert. Ich bin die Fee des Windes, der in diesem Bumerang lebt. Dank dir wurde ich von bösen Mächten befreit und konnte meine wahre Kraft wiedererlangen. Bitte, verwende diesen Bumerang. Ihm wohnt alle meine Kraft inne. Wenn du Kraft in den Bumerang sammelt, bevor du ihn wirfst, erreichst du sicher ein Ziel und wird dir sicher sehr nützlich sein. Hüah! 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 Sturmbehalten! Ein magischer Bumerang, der die Kraft der Windfähigkeit in dem Wund. Legiment-Item. Ja, blablabla. Mach ich. Na, zumindest die Affen scheinen gut zu können. Also, dann suchen wir jetzt weiter. Du hast doch ein nettes Spielzeug und wir haben noch nicht alles gesehen. Das stimmt allerdings. Ja gut, Freunde. Ich mach jetzt nochmal eben schnell, ähm, das Tor auf. Wir gehen jetzt mal einfach mit ZR anvisieren. Und dann, ja, und los geht's. Und das Tor ruhrt sich ein Stück. Sehr schön. Jetzt machen wir's mehrmals hintereinander hier. Ordentlich drauf. Na komm schon. Und dadadam. Und schon kommen wir wieder raus. War hier sonst nix mehr. Ja, ich glaub eigentlich eher nicht. Nee, es muss eigentlich alles gewesen sein. Ja gut, Freunde. Hier bin ich aber auch schon die vierte Folge von The Legend of the Twilight Princess HD. Und, ja, wir haben unser erstes Bosskampf. In unserem nächsten Part werden wir wahrscheinlich uns, dem Boss, diesen Dungeon-Bitments. Ich freu mich schon sehr drauf. Und, ja, Freunde. Ich würd mich sehr freuen. Aber wir freuen, wenn ihr im nächsten Part, wie ihr mit dabei seid. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dennne.